Und der allerwichtigste Punkt aus meiner Sicht, wenn das Fundament stimmt, der allerwichtigste Punkt ist immer dran zu bleiben. Der wichtigste Punkt, den ich für mich erkannt habe und auch für meine Klienten und für andere Unternehmer ist, dass erfolgreiche Menschen immer dran bleiben. Die bleiben immer dran. Viele Menschen geben auf. Und immer wenn du aufgibst, hast du zu früh aufgegeben. Wenn du aufgibst, bevor du dein Ziel erreicht hast, dann hast du zu früh aufgegeben. Und Menschen tendieren nach der ersten Schwierigkeit, nach der zweiten Schwierigkeit, die Sache hinzuschmeißen und aufzugeben, obwohl hinter der nächsten Ecke der Erfolg warten könnte. Und das ist so ein wichtiger Punkt, die Beharrlichkeit. Wenn du die Beharrlichkeit hast, dann wirst du erfolgreich sein. Wenn du Klarheit und Beharrlichkeit hast, dann musst du erfolgreich sein. Es führt kein Weg daran vorbei. Wenn du klar im Kopf bist, wenn du klar weißt, was du willst und du hast die Beharrlichkeit, die kleinen und großen Dinge täglich auszuführen, die dich zu deinem Ziel führen, dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen in dem Moment, wo du beginnst. Und dann besteht die Frage des Aufgebens gar nicht, weil von vornherein feststeht, ich bin beharrlich, ich erreiche meine Ziele. Bis zum nächsten Mal.